Was glaubt, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Zwei-Kanal auf Fiesa-Dinkel. Heute haben wir eine echt extrem heftige Runde. Ich glaube, das war mit die spannendste Runde, die ich jemals gespielt habe, zusammen mit Ryrex. Wir haben nicht nur eine geheime, ultra-seltene OTS gefunden mit sieben Aufsätzen. Die gibt es in dem neuen Modus in Iron Trials ganz, ganz selten. Das ist ungefähr so von der Wahrscheinlichkeit her genauso hoch wie der Spezialisten-Bonus. Damit haben wir eine richtig kranke Runde gehabt. Es wurde, wie gesagt, ultra-spannend am Ende. Also zieht euch das Video wirklich komplett rein. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr schon mal diese OTS-Variante gefunden habt. Und wie ihr sie fühlt, ob ihr die aus sieben Aufsätze merkt oder eher weniger. Lasst eine positive Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Ein kostenloses Abo wäre auch sehr, sehr nice. Und dann würde ich sagen, ganz viel Spaß beim Video. Yo, Bro! Was ist denn da los, Digga? 50 Euro Donation, Bro! What? Holy shit, Digi! Dankeschön! 50 Euro Donation! Auf den Montagvormittag, Bro! Ich komm nicht klar! Ganz viel Liebe in den Chat! Ja, Chat! Wisst ihr, wie viel 50 Euro sind, Digga? Da muss so ein geiler Alert kommen. Ich sag's, wie es ist. Ganz viel Liebe in den Chat, Leute! Ausbezeichnen Hype! Egal, direkt kompletten Psychopathen hier gehabt. Wirklich alle jetzt mal ein Ausschnittzeichen Hype in den Chat. Alle ein Ausschnittzeichen Hype. Komplett, komplett krank. Ganz, ganz viel Liebe. Äh, nee, lass von. Ich sag, wir spielen Split, bis, 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 bis wir keinen Gulag mehr haben oder so. Hier können wir machen. Sonst klau ich dir so viele Kills. Ganz viel Liebe in den Chat. Ohne Scheiß. Ich hab gestern ja die Ankerdung für Chris übernommen. Weil Chris dann im Internet ja abgeschmiert ist. Wie viele Follower hast du gemacht? 250. Ganz wild. Hast du dich nicht gehostet? Doch, doch. Ja, klar. Erste Runde. Einfach. Lass mal den Olli holen. Kurz danach weiter. Erste Runde einfach. Bei mir Aufnahmen abgekackt. Nice. Bei mir ist noch nie in meinem Leben. Erste Runde. Bär ist eine Aufnahme abgekackt. So was. Noch nie passiert in meinem Leben. Dann zweite Runde. Serververwaltung. Fingeschlangen. Alle fliegen aus der Lobby. Wirklich ankert verflucht. Sehr geil. Und dann beim dritten Mal und vierten Mal hab ich 2-Runde noch hinbekommen. Was hab ich hier gerade für eine krasse OTS aus der Kiste gezogen? Golden, ne? Ja, also da war sogar eine richtig kranke Musik dabei, als ich die aufgehoben habe. Dann hast du die mit 7 aufgehoben. Ja. Sieben Aufsätze. Die hat 7, aber das ist die Klasse-Fried-Variante. Das ist die geheime OTS. Oh mein Gott, der Titel wird perfekt. Mach. Wir müssen die Runde jetzt leider gewinnen. Ja, okay. Die hat 7, aber sie ist wirklich krass. Die hat 7 Aufsätze und alles. Dann nimm Geist im Camp. Was ist mit den Gegnern da gerade? Scheiß auf die. Das ist in diese Klasse-Fried-Variante. Da kommt auch mal Rundmusik und so. Ganzes Spieling da aber auch in den letzten paar Tagen. Naja, ich habe auch ganz schlechte FPS und so. Ne, es passt bei mir alles, aber halt, ich wollte irgendwie im Menü zu wie rumklicke. Nehmen von uns. Ohne erreicht Einsatzgebiet. Das ist auf die anderen. Ich gehe auf die Solchstatt von der Einzelnen hier. Ja, warte. Der ist eh ein Todes Hütchen hier. Ich will auf keinen Fall down gehen eigentlich. Willst du nicht bei mir mitlaufen? Nein, du schaffst es. Das ist Spiel wie Arsch in Arsch. Alles blöd wegen den Kills. Leul hat der gelegt. Ach du Scheiße. Bist smart. Auch nicht zu aggressiv. Wie im Tiny. Nein. Ah, ich dachte, ich habe Herzschlag. Ich habe keinen absoluten Bot. Okay, aber wir müssen doch zusammen gehen. Die ganze Zeit in dem Mund ist doch Scheiße. Ich habe dich ganz am Anfang in Superstar gefragt. Du meintest, ne. Eigentlich habe ich nicht, ne gesagt. Du meintest, wir sollten zu splitten, bis wir Gulag beide weg haben. Nein, ich habe gefragt, lass zu splitten. Du meintest, ne, eigentlich eher nicht. Achso, ja, eher schon. Aber gerade habe ich es nicht gesagt. Da hat es ja noch nicht die OTS. Ich muss, ich denke es gleich noch ändern, das Visier. Upload weg. Nein. Gigi's. Moin, Tibo. Wenn du hier gewinnst, geht es zurück an die Front. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Ja, ich kann es mir gerne noch mal anschauen gleich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht gesagt habe. Moin, Abdou. Hand bei mir. Der ist, kennst du die Raum, äh, im Raum, die Tankstelle ist, deine Hotel ist drin. Jo, jo, ich habe es gesehen. Oh mein Gott, wie kann Floyd denn immer so gedribbelt werden? Sie break. Digga, was habe ich denn mit Floyd gemacht? Hä? Rest, 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 rest. Oh mein Gott, wie kann Floyd so gefallern wird, die ganze Zeit. Oh mein Gott, wie kann Floyd so gefallern wird, die ganze Zeit. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Ah. Okay. Bro. Hast du gerade gesehen, wie Floyd geballert wurde? Ne, habe ich ihn nicht gesehen. Vor allem ist die OTS weg. Hä, nein, ist sie nicht. Oh. Da lagen OTS, aber es war nicht die richtige. Oder ist sie das, Chat? Hä? Dropp die doch mal und schau mal, ob die dunkelrot ist. Die ist dunkelrot. Ja, dann ist es die. Aber kann ja auch sein, dass es eine Loadout OTS von jemandem war. Ist es die, Chat? Ne, dropp die am Boden und soll dann eine Musik kommen, wenn die Autos kommen. So, ja, es war nämlich nicht die richtige, die ist hier dran. So, jetzt habe ich es. Die sind beide dunkelrot. Irgendeine hatte die hier. Ja, aber die andere ist dunkle rot, achten wir drauf. Ja? Dropp die mal und achten wir drauf. Ja, stimmt, du hast recht. Es ist noch dunkelröter, rarara. Alright. Hattest du mir kurz eine Clip bitte, Chat? Okay, die Nachladezeit der PKM ist insane. Und weg. Er hat gesagt, liegt da. Ja, ja, aber da lag ja noch eine OTS. Deswegen habe ich sie aufgenommen. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Hammer noch, früh, Chat. Fieber links. Oh, einer ist oben, ne? Oh mein Gott. Der andere ist unter, unter, in der Unterfälle. Ja, einer ist auf dem Vordach. Einer ist auf dem Vordach. Vordach auch One-Shot. Er ist One-Shot full. Er hat eine Sample zu fressen. Geh mir das unten rein. Einer ist auf dem Dach, ne? Glaub' ich. Hast du ihn? Nice. Tega, der Beste. Ey, warte, hier ist noch einer hinter mir. Hinter, hinter mir. Hinter Shotgun. Hat Plattenwechsel wieder abgebrochen bei mir. Unglaublich. Hat bei mir wieder Plattenwechsel abgebrochen. Und deswegen war ich auf der PKM im Klosweit gerade. Glaubst du, das werden die irgendwann mal ändern? Irgendwie auch auf der neuen Map oder so? Oder wird das einfach für immer bleiben? Was? Beim Plattenwechsel wechseln? Naja, ne, wenn du Waffe wechseln, nachdem du Platten wechseln abbrichst. Wenn du Doppeldreieck drückst, dann bist du ja auf deiner Zweitwaffe. Hast du Playts für mich? Hast du vielleicht eine Einstellung gemessen? Ne, das ist bei dir auch so. Du kannst gleich mal schauen. Wenn du dann Doppeldreieck drückst, dann bist du auf deiner anderen Waffe. Das ist von immer so. Achso. Also mir fällt's gar nicht auf. Vielleicht ist es bei mir schon so, dass ich da irgendwie... Ja, kann gut sein. Kann auch sein, dass es dir ab jetzt immer aufhält und du deswegen stirbst und mich deswegen verfluchen wirst. Willst du dir Self-Revive holen oder Drohne? Ne, lass mal... Wow, so ein Hanna. Nein, Hanna. Ich kann dich nicht nochmal ballern. Ich hab die letztens getötet. Wow, so ein Hanna. Und hab mir ein Folterglas, weil ich sie getötet habe. Und die haben mir richtig Kompliment gegeben. Oh, mein Broly. Also, ja, die waren nicht hier getrackt. Oh nein. Nein, nicht Wow, so ein Hanna. Aber das Visier ist wirklich albern auf der OTS. Hätten die weglassen können. Nee, find ich gar nicht so... Achso, ich find's nice. Ich mag's nicht so. Wir haben uns gegenseitig, I guess. Oh Gott, ohne Eifrig ist das ja so schlimm. I'm so sorry, Hanna. Ich hasse mich. Es sind schon wieder die beiden. GGs. Oh no, I'm so sorry. I'm so sorry. Ist das auch eine Streamerin oder was? Nein, aber die waren halt beide bei mir dann im Chat und da waren richtig korrekt nach dem Endgame. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde sagen, es gibt kein Skibers Matchwagon, oder? Es gibt kein Skibers Matchwagon. Oh nein. Bitte sei nicht der Cheater. Oh nee, das wäre überschreißen. Ich will... Ich gebe kein Geld aus... Nach dem Bauern kannst du dir Spezi kaufen. Also Spezi mit der Klasse. Kannst du ein Video machen. Hoffen wir mal, dass es nicht der Cheater ist. Ich hab noch richtig... Richtig zittrige Hände die ganze Zeit, Alter. Zwei bei mir. Ich push mich. Einer noch. Den musst du pushen. Ich hab's nicht gehört, gerade weil der... Ansage so laut war. Der hat das ganze Geld von mir. Der hat sehr schön gespielt von dir. Oh mein Gott. Deswegen blicken wir ab. Ich hab's gebeten. Yes. Die Leute sind so verwirrt. Schau mal, dass du mein Geld noch nimmst. Vielleicht hat er mich nicht gelootet. Ah shit. Ah shit, okay. Buggy. Und dann würde ich sagen, du fährst dahinter. Ist der Buggy in der Mitte? Ne, lauter. Lauf dahin. Sehr, sehr stark gespielt, Mann. Diese Redenkannten sind so underrated in dem Modus. Naja, wirklich insane. Geweckt, das sind die wieder. Die sind die, waren gut. Aber die sind, aber die sind oben. Position für Luftnahunterstützung markiert. Hier ist Lauder 2-0. Alles klar. Clusterschlag gestartet. Du nimmst dir mit der Klasse nicht nur die Position oben, du nimmst dann auch das Mapverständnis. Also, die hören ja nichts mehr. Die hören ja nichts mehr. Deswegen kannst du den perfekt zum Escapen nutzen, wie gerade da in der Situation. Du kennst selber, wenn ein Cluster auch dir ist, Bruder, du hörst gar nichts. Man hört nichts, ja. Bam, 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 bam. Das ist halt perfekter Zeitpunkt für dich zu Escapen. Soll ich mal bei dir, ich lande bei dir, oder? Ja, es hat Lauder auch geholt. Okay. Warum hab ich's Termin mit eigentlich? Egal. Geil. Hast du meine Granaten drin? Wie bitte? Gib mir mal eine Platte. Eine Platte. Ja, warte hier. Kommst zwei. Erklärt hoch. Wollen wir nur mappen? Warte, warte. Drei. Zwei. Mein Bad, mein Bad, mein Bad. Ja, der kommt jetzt weg. Der muss nur hin. Werfe Splittergranate. Das Gas breitet sich aus. Ganz oben, One-Shirt. Um. Lass uns durchlaufen bitte. Lass uns komplett durchlaufen. Die Zone. Ja, bin unterwegs. Einmal komplett durchlaufen. Und dann hochklettern. Ich hab Warzone-Training bei Matze gekauft, ja. Ey, wieso das? Hat einer gerade geschrieben. Achso. Ist du oben? Ne, du kommst gar nicht. Oh shit. Ja, die sind schon durch. Ja, die sind schon durch. Haben die gut gemacht. Denke ich. Ich seh die auch nicht. Ah, der auch doch. Da, da. Sheet Break. Da rein. Sollen wir hin? Zwei. Ja, ja. Zwei unten. Der hat ja kein Equipment. Aber vielleicht gehen die nicht ganz hoch. Obwohl. Geht immer die andere Seite hoch. Geht da nicht hoch. Pass auf. Die können da campen. Ich hör sie. Ich bin oben bei denen im Balkon drinnen. Die sind wahrscheinlich beide im Büro. Hm. Wenn du die Flash oder so. Wenn du eine Flash rein bekommst. In den Raum wäre perfekt. Haben nichts gehirte. Die sind beide rein. Nein. Ich muss runter. Ich muss runter. Ich muss runter. Warte, warte, warte. Komm runter. Warte, warte, warte. Ich hab Monique's Sift. Flashes. Durch Platten. Hier, Platten. Ich kann nicht drin bleiben. Das andere Seite hoch. Mhm. Dann schwingen wir beide runter und Monique. Ja. Aber Police ist auch ein Team. Schwierig. Ich hab nichts geflasht. Alles gut. Lass du bleiben kurz. Die Zone kommt. Geh mal auf die andere Seite. Wir sind. Wir sind. Wir sind unter mir. Aber draußen. Draußen. Naja. Hinter der Garage. Na ja. Hinter der Garage. Hinter der Garage. Na ja. Na ja. Das heißt nicht. Das heißt nicht. Euer bester Move. Warum macht ihr das? Nice. Das hat dem nicht gespielt von denen. Tut mir leid. Ein bisschen Panik bekommen, I guess. Nimm jemand das Objekt. Nice. Die waren so König in der Situation gerade. Da ist noch nicht viel Gegner. Nein, nein, nein. Kommst du weg? Wo war der? Finish mich. Was? Von wo? Oben in der Mitte von diesem Ding. Hier in der Mitte. Weißt du was ich meinen? Nee. Hier. Ah im Fenster? Ah ok ok. Da genau. Genau da genau. Zwei. Oh mein Gott. Ja die holen mich komplett. Ich bin am Arsch. Ganz ganz links rum laufen mit Gasmuskeln. Ganz links rum. Ganz links rum. Gasdinge. Beibei. Musst du jetzt machen wegen der Zone. Musst du jetzt machen. Nein an den Gas. Deswegen so meint. Damit deine nicht in den Rücken schießen können. Super. Das ist viel besser. Der fucking beste. Der fucking beste. Der fucking beste der gar. Wie lang ist er? So krass, so krass Klappen Kannst hier an der Mauer stehen Da ja Ich glaube Spiel mit der Zone Lass die anderen sich erstmal gebetriegen Nutz noch ein bisschen von der Gasmaske Lass die anderen sich reincrossen Stressen, alles Rufe Ganz links Hier über den Panzer? Ja ja, ganz links Bei rechts sind die ganzen Fights Oh fuck Nutz Gas nicht Nutz Gas nicht Lauf, lauf, lauf Eins gegen eins Lass die Zeit Lass die Zeit Los blend Da ist er unter dir im Untergrund, Bro. Untergrund, Untergrund. Du kannst ihn abfangen, du kannst ihn abfangen. Er muss da ganz rechts rumlaufen, Bro. Du hörst ihn, du hörst ihn. Ja, er ist unter mir, ne? Ja, ja. Du kannst ihn abfangen. Er muss ganz laufen, Bro. Er muss um diese Mauer laufen, Phil. Geh auf diesen Stein und aimin' up, ja. Ganz links, ganz links, er kann nicht da raus. GG's, man. Alter, der kaffst du. Bro, das ist ein Late Game. Holy fucking shit, mate. Alle manchen schätzen. Bro. Oh mein Gott. Hööööööö. Plötzlich einfach alle ausgemuffelt, also wirklich muffend, gedribbelt. Bro, oh mein Gott. War das krank oder war das krank? Oh mein Gott, Digga. Junge, links, rechts, Übersteiger, gedribbelt, Fallrückzieher, Tor. Von 1 bis 10. Wie stolz bist du? Boah, Digga. Ich war so nervös die ganze Zeit.